Hallo? Ja, ich höre dich. Jetzt habe ich besseren Umfang. Ja. Und, äh, kannst du das jetzt mit der Scheherda, oder? Kann ich's dir nochmal sagen? Ja, sag mal, sprech mal. Ja. Perfekt. Perfekt. Ja, perfekt. Jetzt ist nur die Frage, ähm, wenn du das jetzt, äh, so, du kannst das jetzt aussprechen, Alhamdulillah, nur man tritt natürlich in den Islam ein, indem man das mit der Überzeugung ausspricht, ja, dass das der wahre Weg ist. In dem Moment, wo man das macht, werden alle Sünden vergeben, ja, und man ist im Islam drin. Und wie gesagt, perfekt ist keiner am Anfang, sondern Allah erwartet für uns, dass wir uns verbessern. Der ist immer bereit zu vergeben. Nur wenn man als Muslim stirbt und ist nicht perfekt und wie du neu in Islam eingetreten, da ist man erstmal ohne Sünde und Allah weiß auch, dass es nicht einfach ist für dich oder für irgendjemand anderen, ne. Deswegen, wenn du überzeugt bist davon, von dem Weg, dass nur ein Gott gibt, keinen Gott gibt außer Allah und dass Mohammed der Gesandte Allah ist, Allahs ist und dass der Islam die Wahrheit ist, ja, dann sollte dich nichts daran hindern, den Islam anzunehmen. Ja. Weil dann bist du, weil dann bist du, dann bist du auf dem richtigen Weg und Alhamdulillah, klar, wir freuen uns darüber und wir wollen dich natürlich nicht unter Druck setzen, sondern, oder ich will dich nicht unter Druck setzen, sondern ich freue mich halt darüber, wenn du den richtigen Weg findest. Ja. Ja. Also, wie gesagt, bist du bereit, den Islam jetzt anzunehmen? Ich denke schon, ja. Du denkst? Weil ich, ich weiß, ich bin, ich bin bereit. Okay, inshallah. Willst du, dann sprech das jetzt aus, so wie du es gerade gesagt hast und du hast das gerade schon super ausgesprochen. Ja. Und mit der Überzeugung, mit der Absicht, jetzt den Islam anzunehmen. Und mit der Absicht, jetzt zu Allah zu sagen, Allah, ich kehre zu dir und ich will zu deiner Gemeinde gehören, die du ausgewählt hast. Ja. Okay, dann sag das. Und ich dachte aber, dass man nur von zwei Zeugen mindestens sagen muss. Muss man nicht. Ein Zeuge reicht. Okay. Ein Zeuge reicht, ein Zeuge reicht, aber du hast hier sogar zwei Zeugen. Weil, weil der Ibrahim, der Ibrahim, mein Freund, der hört gerade auch mit. Ja. Also brauchst du dir gar keine Sorgen zu machen. Sagst du es jetzt? Ja. Okay. Nein. Sagst du es. Es geht gar nicht so. today? Ich komme direkt mit dir zu, b diffusionen – eine andere Magazineせnahme, den valuationenCL. Für alle Muslimen eine Riesenfreude. Und wie gesagt, falls es irgendwelche Probleme gibt oder so, du kannst dich gerne bei uns melden. Auf der Seite oder je nachdem, wie du willst. Du kennst ja unsere Kontaktadressen, Telefonnummern und so weiter und so fort. Wir sind inshallah immer für dich da. Und wir werden dir auch inshallah ein paar Bücher schicken. Wie gesagt, du musst dich halt auch bei uns melden, weil natürlich, ich finde es nicht immer so einfach jetzt davor immer nachzusteigern. Und ich bitte dich halt wirklich, wenn es irgendwelche Probleme gibt, dass du dich bei uns meldest. Also wir sind immer gerne bereit, dir zu helfen. Und auch per E-Mail oder je nachdem, wie du willst. Okay? Und sonst, ja, Alhamdulillah, du bist jetzt im Islam drin, Alhamdulillah. Kann ich dir sonst... Kann ich dir sonst... Alhamdulillah. Und dann würde ich dir... Und dann, was du jetzt machen sollst, ist, wenn du kannst, dass du, weil du bist ja sehr erkältet, hast du gesagt, dass du eine Dusche nimmst. Ja. Mit der Absicht, dass du jetzt dich reinigst, sozusagen, so von allen Sünden und von allen Unreinheiten. Ja. Und mit den Gebeten, dann machst du das jetzt halt so, wie du kannst. Ja, weil Allah weiß natürlich, dass du jetzt noch nicht genau das Gebet verrichten kannst. Und das lernst du dann mit der Zeit, aber du versuchst dann halt, so wie du kannst, die Gebete halt zu verrichten, ne? Ja. Dass du halt mit Allah Kontakt aufnimmst und so weiter. Weil natürlich ist es jetzt schwer und du kannst ja auch gerne auf unserer Seite das mal durchgucken, wie man betet, dass du das versuchst, so nachzumachen, so gut wie du kannst, ja? Inshallah. Kann ich dir sonst noch irgendwie... Ich bin ganz schlecht, ich bin ganz schlecht, ich bin ganz schlecht. Ja. Hallo? Hast du mich gehört mit dem Gebet? Ja, das ist ganz schlecht. Ja. Jetzt besser, ja. Mit dem Gebet, dass du das dann halt so machst, wie du kannst, ja? Ja. Inshallah. Und Allah weiß ja, dass das jetzt schwer ist, dass du das nicht kannst. Und dann lernst du das dann halt mit der Zeit, ja? Das ist gar kein Problem. Weil, wie gesagt, das ist schon gut, dass du so eine reine Absicht hast, dass du halt perfekt sein willst. Aber keiner ist perfekt und Allah weiß, dass wir Schwächen haben, ne? Und du versuchst halt jetzt das Gebet zu lernen und dann wird dir das auch nicht als Sünde angerechnet, weil du jetzt das Gebet noch nicht perfekt kannst. Das ist gar kein Problem, ne? Und dann wirklich, wir danken Allah, dass er dich recht geleitet hat, ne? Und wie gesagt, nochmal herzlichen Glückwunsch und wir werden dir gerne helfen. Was ich noch fragen wollte, Gibt es sonst so irgendwas, wie ich dir helfen kann? Irgendeine Frage von dir aus? Ähm, eine Namensänderung. Brauchst du nicht. Also, das hat mir am Lera ausgesucht. Also, das hat eigentlich die Mama von Machen und die hat mir hier aufgesucht. Und, ähm, sie meinten halt, dass es dazugehört. Muss nicht unbedingt sein. Aber natürlich kannst du dir gerne einen islamischen Namen aussuchen, aber das musst du nicht unbedingt im Pass ändern. Muss man auch nicht unbedingt annehmen. Zur Zeit, und der Beweis dafür ist, weil wir fragen immer, wie war es zur Zeit als Prophetin, es gab Leute, die ihren Namen nicht geändert haben. Die zum Islam konvertiert sind und die haben denselben Namen behalten, den sie vorher auch hatten. Ja. Das heißt, man muss den Namen nicht unbedingt ändern. Nur, wenn der Name irgendetwas zu tun hat mit Götzenanbetung, aber, äh, dein Name... Genau, das habe ich schon geguckt, das ist nicht... Nee. Das ist dann den Namen nicht. Ja, dann, wie gesagt, wenn da keine verbotenen, äh, äh, Bedeutungen drin sind im Namen, dann ist das gar kein Problem. Also, das spielt keine Rolle. Mhm. Aber natürlich, wenn du gerne einen islamischen Namen, wenn du gerne einen aussuchen willst, kannst du dir gerne einen aussuchen. Das musst du aber nicht jetzt tun, das kannst du auch später machen. Vielen Dank.